Der Bogen ist überspannt. Aus wichtigen Gründen, die keinesfalls mit meinem fragilen Ego zu tun haben, müssen mir das Nachbarland angreifen. Es wird Zeit für Krieg. General, es gibt da eventuell ein kleines Problem. Was denn? Was ist denn hier los? Wir haben keine Lust auf Krieg. Wir wollen lieber Pizza essen. Pizza? Auch ein Stück? Aaaaaah! Aaaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020